Ich bin ein riesen Fan von sogenannten Mini-Powerbanks mit integriertem Ladestecker. Warum? Wer kennt die Situation nicht? Du willst gerade aus dem Haus gehen und guckst auf ein Smartphone und siehst, ach, ich habe nur noch 20% Akku oder sowas, könnte was knapp werden. Dann schnappst du dir einfach solch eine Mini-Powerbank und steckst diese bei Gelegenheit an dein Smartphone und schon lädt dieses. Du brauchst dir keine Gedanken machen, hey, habe ich ein Ladekabel eingepackt? Und ja, allgemein ist das hier halt ein super leichtes und super kompaktes Setup. Mini-Powerbanks gibt es entsprechend mittlerweile schon einige im Handel. Ich habe nun vier Stück hier gekauft und habe diese mal in einen kleinen Vergleich geschickt. Wollen wir uns in diesem Video einfach mal ansehen, welche die beste Mini-Powerbank ist und ja, ob es hier große Unterschiede überhaupt gibt. Starten wir zunächst einmal mit den Basics. Alle Powerbanks, die ich hier im Vergleich habe, setzen auf einen USB-C Stecker, der integriert ist. Eine kleine Besonderheit stellt hier die iWalk Link Pod X dar, denn bei dieser kannst du den USB-C Stecker gegen einen beiliegenden Apple Lightning Anschluss tauschen, falls du noch irgendwie ein älteres iPhone rumfliegen hast. Ansonsten haben alle Powerbanks hier, wie gesagt, USB-C, eine Kapazität von laut Hersteller 5000 mAh und eine Ausgangsleistung von plus minus 20 Watt. Damit sind diese Powerbanks hier auch absolut universell kompatibel, egal ob du nur ein iPhone hast, ob du ein Samsung Smartphone, ob du ein Xiaomi oder was auch immer für ein Smartphone du hast. Solange es USB-C hat, sind diese Powerbanks prinzipiell erstmal kompatibel. Grundsätzlich lassen diese sich natürlich auch für Tablets und ähnliche Geräte einsetzen, allerdings halt für größere Geräte wie ein Tablet, ja, sind halt gerade auch 5000 mAh nicht viel Kapazität. Also da sind sie jetzt natürlich nicht die erste Wahl. Bei einer Mini-Powerbank ist dabei natürlich Größe und Gewicht, ja, einer der wichtigsten Faktoren. Hier gehen wir jetzt mal ganz kurz so ein paar Eckdetails durch, denn ich habe die Powerbanks zunächst einmal nach Gewicht sortiert. Die leichteste ist hier die Vega V0556 Powerbank mit 93 Gramm, gefolgt von der iWalk Linkpod X mit 97 Gramm, gefolgt von der Anker Nano mit 101 Gramm. Und ja, die schwerste ist hier die Sikapur Z3233 mit 117 Gramm. Also wir haben hier eine Spanne von 93 zu 117 Gramm, ist jetzt also keine gewaltige Spanne, aber man merkt schon hier zwischen der Vega und der Sikapur Powerbank schon einen gewissen Unterschied, auch was die generellen Abmessungen angeht. Also die Vega Powerbank ist hier schon die kleinste und handlichste und ja, die paar Gramm können durchaus einen Unterschied machen. Wenn sie halt an deinem Smartphone hängen. Also wenn es hier halt um Gewicht und Größe geht, ist hier halt die Vega Powerbank schon, ja, ein Stückchen besser als die anderen Modelle, welches es übrigens auch in anderen Farben gibt. Ich habe mich jetzt hier für das wundervolle Pink entschieden, aber die Powerbank gibt es hier in sehr, sehr vielen Farben. Dabei ist die Vega Powerbank spannenderweise auch das günstigste Modell hier im Vergleich mit plus minus 15 Euro, gefolgt von der schwersten Powerbank, der Sikapur, welche rund 20 Euro kostet, gefolgt von der Anker mit 26 Euro. Und die teuerste ist leider hier die iWalk LinkPort X mit rund 30 Euro, was aber wie gesagt eventuell halt auch an dem austauschbaren USB-C Stecker liegt. Alle vier Powerbanks in diesem Vergleich setzen auf den normalen USB-Power Delivery Ladestandard mit bis zu 20 Watt Leistung, beziehungsweise sogar teilweise bis zu 22 Watt nach dem PPS Standard. Dabei bietet die Vega, die iWalk und die Sikapur Powerbank mehr oder weniger die gleichen Leistungsstufen. So haben wir hier bei allen dreien die 5 Volt, 9 Volt und 12 Volt Stufe. Die 5 Volt Stufe hat jetzt hier bei der iWalk allerdings nur 5 Volt 2,4 Ampere, bei den beiden anderen hier 5 Volt 3 Ampere. Zudem bieten diese drei Powerbanks auch Unterstützung für den PPS Standard. Ich zeige dir das jetzt hier einfach mal beispielsweise an der Sikapur Powerbank. Ich habe jetzt hier meinen altbekannten USB-Power Delivery Trigger und damit können wir halt auslesen, welche Leistungsstufen ein Endgerät bietet. Man kann es sehen, 5 Volt 3 Ampere, 9 Volt 2,22 Ampere, 12 Volt 1,67 Ampere und da unten haben wir die bis 11 Volt 2 Ampere Stufe. Deswegen hatte ich eben gesagt 22 Watt, weil 11 mal 2 sind im Einführungszeichen Optimalfall oder Worst Case, je nachdem wie man sehen will, bis zu 22 Watt. Also das hier sieht sehr, sehr gut aus. Ein wenig hervorstechen tut allerdings die Anker Nano und das jetzt nicht zwingend in einem guten Punkt. So verzichtet diese Powerbank hier zum einen auf die 12 Volt Spannungsstufe. Kannst sehen, wir haben jetzt hier nur 5 Volt und 9 Volt und sie verzichtet auch auf die Unterstützung des PPS Ladestandards. Ich habe zu PPS ein Video auf meinem Kanal, falls du nicht weißt, was es ist, aber so viel kann ich schon mal sagen, gerade für Samsung Smartphones ist jetzt beispielsweise die Anker Nano nicht so gut geeignet. Für Apple Geräte macht das hier keinen Unterschied, aber für Samsung Geräte wäre jetzt hier beispielsweise die Anker ein Stückchen langsamer als jene drei Modelle. Allerdings gibt es bei der Anker Powerbank noch eine kleine negative Überraschung, denn bei mir im Test konnte diese Powerbank nicht konstant 20 Watt oder 18 Watt liefern. Diese drosselte sich nach einer gewissen Zeit herunter, vermutlich aufgrund von Temperaturproblemen. Damit ist das hier die einzigste Powerbank, Mini Powerbank im Vergleich, die halt nicht die Herstellerangabe, was die Leistung angeht, konstant halten kann. Das ist ein wenig enttäuschend. Bei der Vega Powerbank gab es hier auch eine, ich nenne es mal kleine Auffälligkeit, bei konstanter Last von 20 Watt wirkt diese Powerbank relativ warm bis heiß, um es mal so auszudrücken. Also die kannst du dann im Winter schon als kleinen Handwärmer verwenden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt kritisch heiß ist, aber war mir halt im Test so ein bisschen aufgefallen, dass sich diese Powerbank hier bei konstanter Last, welche diese durchhält, relativ stark erwärmt hat, während die Anker Powerbank sich halt abgeschaltet hat. Um den 20 Watt Test später durchzuführen, komplett halt entladen mit 20 Watt, musste ich dreimal insgesamt unterbrechen und die Powerbank abkühlen lassen, damit das hier funktionierte. Bisschen enttäuschend. Aber wie steht es um die Kapazität unserer vier Powerbanks? Alle Hersteller wären hier mit 5000 mAh und das ist allgemein bei solchen Mini-Powerbanks eine relativ verbreitete Kapazitätsangabe. Wird diese von den Powerbanks eingehalten? Die Antwort ist nein. Bei fast keiner Powerbank wird genau die 5000 oder allgemein die Kapazitätsangabe des Herstellers erreicht. Das ist völlig normal, denn die Herstellerangabe bei Powerbanks bezieht sich immer auf die Kapazität der im Inneren verbauten Akkuzellen. Und diese Akkuzellen, ja, das Entladen dieser ist halt nicht zu 100% effizient. Daher sage ich in der Regel ist so, ja, plus minus 80% echte nutzbare Kapazität normal. Das liegt halt an Spannungswandlungen und so weiter. Und ja, ich hatte ja gesagt, jetzt beispielsweise die Vega Powerbank wird beim Entladen relativ warm. Die Wärme muss ja irgendwo herkommen. Das ist dann halt Energie, die deinem Smartphone letztendlich nicht zur Verfügung steht. Was konnte ich hier nun messen? Tatsächlich die beste Powerbank, was die Kapazität angeht, war das iWalk-Modell mit bis zu 4.227 mAh. Gefolgt von der Sikapur Powerbank mit 4.112 mAh. Gefolgt von der Vega mit 3.971 mAh. Und auf dem letzten Platz landet enttäuschenderweise die Anker Nano mit 3.722 mAh. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass hier halt tatsächlich die Anker Powerbank, ja, so ein gutes Stück schlechter abgeschnitten hat. Ja, ist halt leider so. Was uns aber auch auffällt ist, dass bei höheren Lasten, bei allen der Mini-Powerbanks, die Kapazität schon ein gutes Stückchen einbricht. Das wundert mich nicht. Ich vermute, die Powerbanks hier pushen ihre Elektronik und ihre Akkuzellen schon relativ hart, um halt auf 20 Watt zu kommen. Beziehungsweise jetzt hier bei mir im Test 9 Volt 2 Ampere, also 18 Watt. Da bricht bei allen Powerbanks, ja, Kapazität doch deutlich ein. Aber das Verhältnis bleibt stehen. Die iWalk-Powerbank, die Link-Port X, bietet die beste Kapazität. Gefolgt von der Sikapur. Gefolgt von der Vega, welche mit der Sikapur hier ziemlich gleich auf ist. Und ja, letzter Platz geht halt an die Anker-Powerbank. Sämtliche Powerbanks hier im Vergleich werden über einen USB-C-Port an der Seite oder Rückseite geladen. Dabei akzeptieren diese bis zu 20 Watt, beziehungsweise 18 Watt nach dem USB-Power-Delivery-Standard. Du kannst hier also jedes x-beliebige USB-Power-Delivery-Ladegerät verwenden, auch wenn es mehr als 20 Watt hat. Das ist keinerlei Problem. Damit sind die Powerbanks hier erneut alle wieder auf dem Papier relativ ähnlich. Aber in der Praxis gibt es durchaus ein paar Unterschiede. Denn beispielsweise die iWalk-Powerbank konnte, ja, ich will jetzt nicht sagen mit Abstand am schnellsten laden, aber wenn wir bedenken, dass diese auch die höchste praktische Kapazität hat, ja, war die schnellste Powerbank mit einer Stunde und 28 Minuten. Plus minus gleichauf war die Vega-Powerbank mit einer Stunde und 29 Minuten. Auf Platz 3 folgt die Anker-Powerbank mit einer Stunde und 35 Minuten. Und auf Platz 4, ja, die Sikapur-Powerbank mit einer Stunde und 42 Minuten. Damit tun sich die vier Modelle jetzt alle nicht wahnsinnig viel, aber schon einen kleinen Unterschied gibt es. Und erneut schlicht jetzt hier die iWalk-Link-Pod X so ein bisschen positiver vor. Was uns bei einem Blick auf die Ladediagramme auch vielleicht ein wenig auffällt, ist, dass wir bei der Anker- und bei der Sikapur-Powerbank einen kleinen Einbruch beim Laden sehen. Ich vermute, diese beiden Powerbanks drosseln ihre Ladegeschwindigkeit etwas herunter. Vermutlich aufgrund von Temperaturproblemen, weswegen diese beiden wahrscheinlich auch die, ja, in Anführungszeichen, langsameren Modelle hier in diesem Vergleich waren. Kommen wir damit dann auch schon zum Fazit. Welche der vier Powerbanks würde ich jetzt am meisten empfehlen, wenn du nach einer kleinen und kompakten Mini-Powerbank suchst? Prinzipiell würde ich fast sagen, dass alle Modelle hier in Ordnung gehen. So ein bisschen negativ hervorgestochen ist, die Anker Nano bot im Test die schlechteste Kapazität, hatte die wenigsten Leistungsstufen, also wir haben beispielsweise hier kein PPS, weswegen diese Powerbank nicht optimal für beispielsweise Samsung-Smartphones ist und sie hatte Temperaturprobleme bei konstanter Volllast. Das in Kombination mit dem durchaus gehobenen Preis und dem ja schon etwas größeren Formfaktor, würde ich sagen, nee. Also die Anker Nano kann ich nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Da gibt es hier einfach bessere Modelle. Und klar, der Testsieger, würde ich sagen, ist die iWalk Link Pod X. Diese bot im Test die höchste Kapazität, konnte konstant volle Leistung liefern, zeigte keine Auffälligkeiten und wurde auch noch selbst am schnellsten geladen. Das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen gegen die iWalk spricht, ist der Preis. Wir haben hier mit 30 Euro auch das klar teuerste Modell. Du könntest anstelle dieser Powerbank auch zwei Vega Powerbanks kaufen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen blöd, aber rein technisch ist das hier die beste Powerbank. Gerade wenn du ja diesen austauschbaren USB-C-Port beispielsweise halt gegen den Lightning-Port irgendwie nutzen kannst, ist das hier ganz klar das beste Modell. Was die Preis-Leistungsempfehlung angeht, ja, da müssen wir uns jetzt hier zwischen der Vega und der Sikapur Powerbank entscheiden. Beide waren leistungstechnisch, würde ich sagen, ziemlich ähnlich. Tendenziell hat die Sikapur einen Hauch mehr Kapazität. Praktisch tun sie sich jetzt aber nicht so viel. Dafür ist die Vega ein Stückchen kompakter und leichter, weswegen ich tatsächlich jetzt hier die Vega als, ja, ich würde mal sagen, zweite Empfehlung hervorheben würde. Das hier ist einfach halt mit 15 Euro eine sehr, sehr schön günstige Powerbank. Sie ist ziemlich klein und kompakt, kann es sehen. Der Querschnitt der Powerbank ist, ja, sehr, sehr handlich. Es ist die leichteste Powerbank hier im Vergleich und, ja, 15 Euro würde ich sagen, ist das hier ein guter Deal. Also das wären jetzt so ein bisschen meine drei Empfehlungen. Die Sikapur Powerbank finde ich natürlich am coolsten mit diesem durchsichtigen Kunststoff. Aber was mich an ihr stört, ist, dass sie relativ groß und relativ schwer ist. Und man muss sich halt überlegen, okay, will ich das an meinem Smartphone haben? Klar, man kann jetzt hier den USB-C-Port bei dieser Powerbank einklappen, was, ja, ganz nett ist, aber dennoch bleibt es halt eine große Powerbank. Daher würde ich sagen, wenn du nach einer Mini-Powerbank suchst, ja, entweder die iWalk Link-Port X oder die Vega V0556. Je nachdem, ob du sagst, okay, ich möchte das Beste des Besten und bin bereit dafür, einen Hauch mehr zu zahlen. Oder sagst, okay, Preis-Leistung ist mir am wichtigsten, dann die Vega. So, ich hoffe, dieses kleine und kurze Video konnte dir weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen.